So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und eine kleine Breaking News. Pupsi hat vorhin im Stream einfach geschrieben und gesagt, ey Bubi, guck mal kurz auf dein Handy und so, guck mal WhatsApp. Dann hat sie mir gesagt, es gibt jetzt die Tickets für die Pokémon GO Safari Zone. Die Safari Zone in Sevilla, ne, hat begonnen. Also der Ticketverkauf für die Safari Zone in Sevilla, also in Spanien. Hey, ist das nicht genial? Wart ihr schon mal auf einer Safari Zone, in einer Safari Zone? Da gab es ja schon mega viele. Und GO Games hat jetzt einen kleinen Artikel gemacht. Die haben nämlich dieses Teaser-Bild da ausgewertet und geguckt, was uns vielleicht erwarten könnte. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir haben uns jetzt schon Tickets besorgt. Äh, ich werde die spielen. Ich werde die vielleicht streamen, aber nicht komplett, aber vielleicht zwei Stunden den Early Access wegstreamen und sich dann richtig draufstürzen. Es wird neue Shinies geben, das weiß man ja, das ist immer so. Und, äh, besondere, besonders seltene wilde Pokémon. Und ich habe jetzt schon mehr Bock auf die Safari Zone, als auf die Jodo Tour, die vergangen war, habe ich nicht so Bock gehabt, weil das einfach, Jodo Tour, ich weiß nicht, das ist einfach viel zu viel alles. Safari Zone bisher, jede Safari Zone, die ich gekannt habe, war auf jeden Fall genial, war toll, war schön, war übersichtlich. Du hattest mega viel Zeit, du hattest immer die gleichen Pokémon, du konntest selbst dich drauf konzentrieren, was du gerade jagen möchtest. Und es gab nicht so viele brutale Dinge, aber die Dinge, die es gab, waren trotzdem irgendwie cool. Deswegen Safari Zone ist ein Muss. Wie gesagt, ich war damals in der Safari Zone in Dortmund, bevor dann das erste Go-Fest in Dortmund stattgefunden hat. Das fand ich richtig genial, ich war aber auch in der Safari Zone Prag, Gera, Oberhausen, sonst was, ist man überall mal eingetrudelt. Und jetzt, Safari Zone in Sevilla, da werden wir nicht live vor Ort sein, na, doch, vielleicht, man weiß es nicht, ihr seht ja dann, wie das abläuft. Aber was gibt es da überhaupt? Auf dieser offiziellen Seite haben sie jetzt erstmal geschrieben, der Ticketverkauf für die Pokémon-Go-Safari Zone in Sevilla hat begonnen. Am 13. Mai bis 15. Mai, also Freitag bis Sonntag, das ganze Wochenende, muss man sich natürlich einen Tag raussuchen, ob man am Freitag in den Park möchte oder am Samstag oder am Sonntag, denn das ist ja vor Ort in einem Park, wo es auch Aufbauten gibt und Teamlanges und alles mögliche. Und deswegen ist die Safari Zone einfach immer was total Cooles. Und weil das begrenzt ist und es nur begrenzte Anzahl von Tickets gibt, können an bestimmten Tagen eben, wenn das nicht mehr geht, wenn es zu viele verkauft sind, könnt ihr da nicht hin, müsst einen anderen Tag nehmen, bla bla bla, also seid schnell, wenn ihr da ein Ticket haben wollt. Und der Park hat auch Öffnungszeiten von 12 bis 18 Uhr, ist also die reguläre Zeit, wie ihr da rein könnt, könnt ihr spielen, bevor ihr rausgepfeffert werdet mit Early Access sogar von 9 bis 18 Uhr. Das heißt, das sind ja sogar 3 Stunden, 9 bis 12, die der Early Access länger ist und kostet dafür 5 Euro mehr. 5 Euro für 3 Stunden mehr, nehmen wir mit. Ich habe Early Access genommen, fertig, bla bla bla. Was erwartet uns jetzt aber in der Pokémon Go, in der Safari Zone Sevilla, Pokémon Go, Safari Zone Sevilla, die Safari Zone in Sevilla. Ich hoffe ja, dass dieses Jahr vielleicht wenigstens noch eine in Deutschland stattfindet, irgendwo in irgendeiner deutschen Stadt. Ich wäre sofort am Start dort. Wahrscheinlich sind viele von euch da am Start und man kann sich da antreffen. Oder dass das Go-Fest mal wieder mit einem Ticket an einem Ort stattfindet. Das ist ein gutes Beispiel. Wenn das klappt, wenn das passt, dann sehe ich gute Dinge, dass wir dieses Jahr vielleicht mal wirkliches Go-Fest Feeling wieder kriegen. Oder eben ein Safari-Feeling für irgendwas. Auf dem Pokémon Go-Blog hat Neyendik nun die ersten Details der Safari Zone in Sevilla veröffentlicht. Gleichzeitig sind die Tickets für das Event an den Verkaufsstart gegangen. Alle Infos zum Event in Spanien haben wir für euch zusammengefasst. Ja, das ist egal. Das lassen wir weg. Safari Zone Sevilla. Die Safari Zone Sevilla ist die erste Safari Zone auf europäischem Boden seit der abgesagten Safari Zone in Liverpool 2019. Wie typisch bei Safari Zonen. In der Vergangenheit wird auch bei diesem Event wieder mindestens ein regionales Pokémon außerhalb seiner eigentlichen Regionen verfügbar sein. Auch Icognito wird dort erscheinen. Sowie vermutlich ein neues schillerndes Pokémon. In jeder Safari Zone vor ein paar Jahren gab es immer ein bestimmtes Pokémon. In der einen gab es da Electro Ball, äh, Voldo Ball ganz neu als Shiny. In dem anderen dort, in dem anderen hier, in dem anderen jenes. Das sind auf jeden Fall coole Sachen, wo man sich auf einzelne Dinge konzentrieren kann. Das Event findet im hier gezeigten Park del Alamillo statt. Mehr dazu könnt ihr in der ursprünglichen Ankündigung der Safari Zone nachlesen. Da ist es Park del Alamillo, ist es das grüne Ding hier hinten, ja? Oder ist es das kaputte, zerstreute Gebambel hier vorne? Ich denke mal, es ist diese Urwald da hinten. Zeitraum. Die Safari Zone in Sevilla findet vom 13. bis zum 15. Mai statt. Spieler können durch ein kostenpflichtiges Ticket an diesem Event teilnehmen. Müssen sich aber für einen der drei Tage entscheiden. Wir haben natürlich Samstag genommen, weil Freitag, wenn Pupsi arbeitet, dann keine Zeit. Sonntag, wenn sie nicht da ist, keine Zeit. Und Samstag, yeah, Chili Millie, Safari Zone. So. Zusätzlich gibt es eine Unterscheidung zwischen dem regulären Ticket und einem Early Access Ticket, welches euch drei Stunden mehr Spielzeit gibt. Dann kann ich nämlich drei Stunden streamen, damit ihr mal seht, was da so für Pokémon auftauchen. Das wäre doch cool. Regulär also 21 Euro, Early Access 26 Euro. Sagt ihr was? Das Yodotour-Ding, Mist, hat doch gerade mal 12 Euro oder so gekostet. 26 sind die denn verrückt. Verwechselt bitte nicht was, wo ihr zu Hause auf eurem Arsch sitzen könnt und euren Rauch anmacht und habt dann einfach andere Pokémon da. mit einem Live-For-Odd-Event, wo dort einfach aus allen Ländern alle möglichen krassen Spieler zusammenkommen, an einem Ort sich versammeln, da zocken, da lebende Pokémon rumlaufen in echt mit Kostüm, Leute sich verkleiden. Oh mein Gott, es gibt ganz viele Aufbauten des Teamlouches, es gibt Gewinnspiele, Giveaways. Es gibt eine richtig große Veranstaltung, ein richtiges Fest, eine richtige Aufmachung, also da ist organisatorisch, steckt da so viel drin. Da gab es auch Bühnenshows und alles weiter und Musik und Untermalung und Bäm und immer was zu sehen, die Augen groß und größer. Das muss natürlich irgendwie bezahlt werden alles, als wenn sie einfach nur sagen, wir drücken jetzt hier auf den Knopf und bei euch erscheint ein paar Pikachu zu Hause. Das ist vor Ort, diese Veranstaltung vor Ort muss finanziert werden, deswegen ist es natürlich ein bisschen teurer. So, alle Tickets können entweder direkt im Spielmenü unter dem Punkt Events gekauft werden oder über die Website von Niantic. Die Pupsi hat das irgendwie mit ihrer Kreditkarte gemacht, hat bezahlt. Also ihr könnt im Spiel oben, wenn ihr da auf Events drückt, kommt man da hin, im Spiel bei Events. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, mir kommen die ganzen Curry-Nudeln gerade hoch. Was aber das Wichtigste ist jetzt, Pokémon aus dem Titelbild der Safari-Zone geht hervor. Aber, dass Sonnfell und Tauros die regionalen Pokémon des Events sein werden. Pokémon, die man sonst zum Beispiel in den USA antrifft. Auch Kapuno ist als seltenes Pokémon auf dem Cover des Events zu sehen. Da Krebskorps das einzige Pokémon ist, dessen schillernde Variante noch nicht im Spiel erschienen ist, gehen wir davon aus, dass Krebskorps als Shiny veröffentlicht wird. Würde komplett zum Konzept passen. Immer waren die Cognito-Buchstaben da, die mit dem Namen der Stadt zusammengehangen haben oder so ähnlich. Immer gab es seltene Pokémon, wie zum Beispiel hier jetzt Kapuno, Bonbons sammeln, Hunderterjagd, Shinyjagd, richtig brutal. Immer gab es andere coole Pokémon, wie hier die fette Kuh im Hintergrund, die die Leute blau haben wollen. Und immer gab es regionale Pokémon, meistens nicht nur eins, sondern halt zwei, wo ihr sonst nicht rankommt. Vermehrt jetzt also Sonnfell, was jetzt, na gut, das tauscht immer zu wieder mit Lunarstein, aber Tauros, ne, in der Safari-Zone überall rumsitzen. Mega cool auf jeden Fall. Gibt es ja auch als Shiny. Manche mussten da raiden, manche mussten brüten für das Shiny. In der Safari-Zone könnt ihr euch einfach so ein paar grüne Büffel mitnehmen. Das wäre auf jeden Fall auch richtig brutal. Und ein neues Shiny, was in dem Fall dann also Krebskorps wäre, auch schmackhaft. Das ist übersichtlich, das ist nicht zu viel, ihr werdet nicht zugemüllt. Ich mag Safari-Zonen. Ohne Scheiß, ich liebe das. Und dann habt ihr solche Spawns, wie hier, einfach acht Stunden lang, sodass ihr wisst, ihr fangt, ihr fangt, ihr fangt, dann geht ihr was essen, dann geht ihr mal aufs Klo, dann esst ihr noch ein bisschen und dann geht ihr weiter und dann fangt ihr mal wieder zwei, drei Stunden. Und das ist schön in einem Park, in einem großen Park mit ganz vielen Spielern, wenn man da live vor Ort ist. Das ist total toll. Wer noch nie da war, wenn ihr Bock habt, fahrt nach Spanien, guckt euch das an. Deswegen, ich hoffe, dass auch in Deutschland wieder eine Safari-Zone stattfinden wird dieses Jahr. Das Jahr hat ja erst angefangen. Dann packt halt im August noch eine rein oder so, was weiß ich. Vielleicht veröffentlichen die jetzt nach und nach immer mal so ein paar dann dazu. Cool. Es kann doch nicht nur eine einzige geben dieses Jahr. Ob die schillernde Variante von Icognito bei diesem Live-Event verfügbar sein wird, ist noch unklar, aber da es hierzu noch keine offizielle Ankündigung gibt, warum auch nicht, egal. Wenn, wäre es natürlich interessant, aber bisher bei den Safari-Zonen gab es immer Icognito, aber nie shiny Icognito. Aber wenn mittlerweile eh schon fast alle Buchstaben ausgelutscht sind, wäre es ja cool, dass du acht Stunden lang dann Icognito verprügeln kannst. Vor allem, weil die Icognito nicht aus dem Rauch kamen in den Safari-Zonen. Die sind wild gespawnt und sind auch aus den Log-Modulen gekommen. Und das war einfach viel besser. Du hast einfach direkt überall gesehen, wo Icognito war und konntest da gezielt hinlaufen, wenn du bestimmte Buchstaben gesucht hast. Das war richtig cool. Das war cool. Ich finde das so mega stark und ich hoffe, dass man dieses Feeling wieder zurückbekommt. Werdet ihr euch, ich glaube, die wenigsten werden nach Spanien gehen und dort vor Ort spielen, aber vielleicht unter die Spoofer unter euch. Werdet ihr euch ein Ticket kaufen für die Safari-Zone in Seville? Ja, nein? Schreibt es mal rein. Welchen Tag würdet ihr nehmen? Und seid ihr dabei, wenn wir am Samstag dann in der Safari-Zone, wenn es soweit ist, vielleicht drei Stunden streamen und dann den Rest der Zeit ich so nutze. Ich habe auf jeden Fall Bock. Da kann man auch streamen, weil da weiß man, man verpasst nichts. Da hat man eben Zeit und das feiere ich jetzt schon. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Kurzes Video in der Nacht. Und ansonsten, peace out for haut, euer Ramses.